Ja, auf der Stelle. Die Rune ruft. Wird sofort ausgeführt. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Auf mein Zeichen. Vorwärts. Auf mein Kommando. Und los! Also ja, gehen wir uns mal umgucken, weil auf dieser Map sollte es noch recht ruhig sein am Anfang. Auf mein Zeichen. Und los! Vorwärts. Also ja, hier ist schon mal ein... Schlagt sie zurück! ...von dem Gegner kommen können. Also die Gegner kommen hier in dem Fall alle von Süden. Vorsicht, Gegner! Auf meinen Befehl. Mir nach. Und man merkt auch gleich schon mal, die Map ist dann doch etwas anders. Schnell! Also es ist grundsätzlich dieselbe Map. Und los! Aber sie wurde in ein paar Stellen geändert. Was ihr wasch! Oh, jetzt habe ich einen Baumstumpf verschenkt. Egal. Was ist euer Begehr? So, noch eine Holzfällerhütte hier. Es ist mir eine Ehre. Hier. Mir nach. Auf mein Zeichen! So, hier ist der Startpunkt für die Menschen. Folg mir! Die Rune ruft. So, ihr könnt mir mal ein kleines Haupthaus bauen. Zum Ruhme Ahrens! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Wir können uns jetzt also ganz in Ruhe sehen. Das Bauwerk ist vollendet. So, Nahrungslager könnten wir bauen. Wir könnten aber auch erst einmal. Es ist mir eine Ehre. Auf mein Kommando! Das hier bauen. Und los! Also eine Waffenkammer. Und uns weiter umschauen. So, jetzt können wir ein Nahrungslager richten. In der Nähe der Beeren. Am besten. So sei es! Auf mein Zeichen! Mir nach! Ach, die Menschen hätten hier Steine. Das ist ein Hinterhalt! Auf mein Kommando! Vorwärts! Folgt mir! So. Hier sind halt die Zwerge. Mir nach! Gut, und euch kann ich schon mal zu Bärensammlern machen. Es ist mir eine Ehre. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja, vorwärts! So, jetzt errichte ich hier und hier ein paar Türme, weil ich glaube nicht... Na gut, hier oben kann ich auch zwei Stück errichten. Auf meinen Befehl! Also mehr als jeweils zwei Türme wird es nicht brauchen eigentlich. Oh, hier oben gibt es auch Spinne. Und ja, da ist das Zwergenmonument. Ich habe mich allerdings hier auf der Map mal gegen die Zwerge entschieden. Einfach weil... Zwerge... ...keine... ...Verteidigungsgebäude haben. Sie sind überall! Hier! Sofort! Und los! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Zur Ehre Aoniers! So, hier wäre normalerweise der normale Weg in die... Oh, hier gibt es sogar gleich Gegner. Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Bereit! In die Schlacht! Die Linien müssen halten! Die Spinne... Halte durch, Männer! Die Spinne ist ein Speer. Hier, schnell! Auch gut. Okay. Die Rune ruft... So sei es! Die Rune ruft... Sofort! So, die Truhe hat... Auf mein Zeichen! Habt ihr euch Zeug, was wir verkaufen können? Bereit! Und los! Folgt mir! Und ja, hier ist... Vorwärts! Nichts! Hier ist eigentlich normalerweise das Portal in die südlichen Windwallberge... Sofort! ...gewesen. Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Dorthin! Ich eile! Hier! Sofort! So, da lang wollen wir eigentlich nicht können, aber mal... Mir nach! Nee! Folgt mir! Da kommen ja jetzt Spinnen angekrochen... Folgt mir! Deswegen gucken wir mal nach da oben... Mir nach! Auf mein Zeichen! Sofort! Was ist euer Begehr? Schon unterwegs! So! Und hier brauchen wir auch noch... ...und ja! Oh! Auf mein Zeichen. Level up, joo. Und los. Mir nach. So, das heißt, erstmal fünf Punkte in Wendigkeit. Dann gibt's neue Fähigkeiten in der Mentarmagie. Und neue Fähigkeit Eis. So, jetzt haben wir alle Fähigkeiten. Und Elementarmagie braucht dieselbe gleich viel Intelligenz und Weisheit. Okay. Schon unterwegs. So, dann fangen wir mal an. Erstens können wir schon mal zwei der Bevölkerungsabgriffs machen. Auf mein Kommando. Und los. Und los. Zur Ära Aonius. So, falls sich der Goblin zu meinem Türm verläuft. Können wir den dann auch gleich abmurksen. Was soll ich tun? Oder er läuft einfach vorbei. Und wir haben Ruhe. gut. Auf mein Kommando. Vorwärts. Ja, hier fehlt übrigens die gesamte Stadt, glaube ich. Inklusive Mauern und Almen, damit mehr Freiraum ist für die... Das Bauwerk ist vollendet. So, ich weiß zwar nicht, ob wir noch einen Jäger unbedingt brauchen. Aber ich brauche einfach mal eine Jagdhütte noch hier hin. Auf mein Zeichen. Hier ist übrigens da der zweite Weg rüber ins dunkle Land. Und los. Ja, irgendwann muss es sein, da müssen wir unseren Holzfäller verlegen. Hier gibt es nicht viel Holz. Hier gibt es jedoch viel Holz. Da kommt wieder ein Goblin runter. So, ein Bevölkerungs-Subboard geht noch. Wir machen dann auf jeden Fall erst mal hier das Goblin-Lager weg. Das sollten wir mit zehn Bogenschützinnen und unseren beiden Heroes eigentlich schon schaffen. Befehlt! Vorwärts, Schwestern! Also ja, wir sagen, wir brauchen keine übergroße Armee. Und hier ist jetzt ein Nachrichten. Vielen Dank.